Hallo bei meiner neuen Mountainbike Tour. Ich bin heute mit Gustl unterwegs und wir fahren in der Gegend vom Gearsberg rum. Ein bisschen nach Kuppe und so. Es ist mordschlammig, ein bisschen Schnee liegt auch noch und der Föhn ist brutal. Es ist total warm. Unten ist es kalt, aber oben ist es früh warm. Und es ist wirklich lustig. Und wir werden nachher wieder den Hochdruckreiniger brauchen. Also. Musik 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 Hoppla, Tennis-Wort ist der beste Grillmeister, denn wie die Herrera in der Mannschaft, da willst du wieder, ist auch noch für die Schwächern fern. Ja, ja. Ach so einen Haufen, ach so einen Haufen, Mädel, wirst du? Der warme. Der Nockstein ist da oben, ja. Geiler Hügel. Die ist Salzburger und umgekommen. So, das war jetzt unsere Tour bei der Inversionswetterlage. Das heißt, unten ist kalt, oben ist warm. Oben war es wirklich warm. Und jetzt müssen wir aber unser Raul noch entslammen. Aber es schaut fürchterlich aus. Und wenn euch die Tour gefallen hat, gebt es mal den Haufen nach oben. Und vielleicht schreibt es mal was in die Kommentare. Das würde mich gefreut haben. Wird euch. Bis zum nächsten Mal.